Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Fancon D» Podcast, in dem ich mit Gästen über Film, Fantasy und Gaming spreche. Heute geht es um den erst kürzlich erschienenen Film «Coruella». Ich habe einen Gast dabei, der den Film mit mir geschaut hat. Ich möchte dir die Gelegenheit vorstellen. Hi, ich bin Bianca, ich bin 18 Jahre alt und ich mache jetzt Serien als Karfrau bei der AXA. Das ist schön, ja? Ja, und ich bin mit Disney-Filmen aufgewachsen und deswegen wollte ich jetzt darüber reden. Das freut mich, das freut mich. Ich bin Lars und mich gehört mir da eigentlich jede Woche. Darum muss ich mich, glaube ich, gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ich finde, der Film ist sensationell. Ich habe ihn zweimal geschaut. Ich möchte jetzt aber zuerst mal deine Meinung hören. Wie findest du den Film jetzt erstmal so? Erster Moment? Ich fand es toll, weil ich Emma Stone gerne habe. Also, ich habe die Schauspielerin gerne. Und es ist mal etwas anderes. Genau. Jetzt kurz noch etwas dazu über den Inhalt dieser Folge. Es wird zu Spoiler kommen über den Film. Wir werden ihn nicht spoilerfrei erzählen. Das heisst, wenn du den Film da aussen noch nicht auf Disney Plus oder im Kino gesehen hast, dann schau jetzt die Folge erst, nachdem du den Film gesehen hast. Was hältst du davon, dass Cruella in diesem Film etwas anders ist, als im Urinalfilm? Zum Beispiel, jetzt weiss man ja die Vorgeschichte von Cruella. Und man sieht sie dann auch als Kind mit ihrer Mutter, wie sie aufgewachsen ist und alles. Und man entwickelt eine Art Empathie mit ihr. Und man sieht dann auch, dass sie ein Mensch ist mit Gefühlen. Ja. Und wo sie eben auch als Erwachsene immer noch wegen dem Tod ihrer Mutter ziemlich verletzt war. Genau. Anfangen hat der Film ja mit ihrer Geburt als weiss und schwarze, herrhaariges Mädchen. Und dann hat sie es ja auch nicht einfach. Die ganze Kindheit hat es nicht einfach irgendwie befreundet zu finden, weil sie halt eine rebellige Art ist und zum Teil gemobbt wird und fertig gemacht wird und sich halt sehr stur ist und sich nichts sagen lässt. Sie findet eigentlich die einzige Kollegin ihrer Mami, die für sie da ist. Und dann halt auch Anita, die sie in einer kurzen Zeit der Schulzeit etwas begleitet tut. Und die Einzige ist auch für sie da ist. Das hat sicherlich auch eine Auswirkung auf ihr späteren Leben. Die Zuneigung, von der niemandem kam. Ja genau. Also eben die Mutter ist die einzige Person, die es wirklich akzeptiert hat, wie sie ist. Man hat schon von Anfang an vom Film gemerkt, sie ist eine etwas spezielle Person. Sie hat wie ihre Charaktereigenschaft, die keiner hat. Sie war immer etwas speziell als andere. Und das war ihr ziemlich schwer in der Schule. Deswegen wurde sie auch immer gemobbt. Die Lehrer hatten sie nicht gerne. Zum Beispiel der Direktor da. Er hatte gar keine Mitgefühle. Er hatte sie überhaupt nicht unterstützt. Er wollte sie vor der Schule schmissen. Und die einzige Person, die wirklich sie verstanden hat. Und sie, zum Beispiel auch als Stella und Cruella, akzeptierte zwar die Mutter. Er hat sich emotional mit ihr gebunden. Genau. Die Mutter ist dann gestorben, wie man im Nachhinein im Film erfahren hat, wie sie umgebracht wurde. Das war sicherlich auch ein Schock. Erst das Leben lang damit konfrontiert zu sein, wie sie, ich habe meine Mutter umgebracht. Ich glaube, mit diesem Gedanken wird niemand leben. Dass man sozusagen die Schuld ist für den Tod der Mutter. Ohne sie, wenn sie gar nicht aus dem Auto ausgebüxt wäre, wäre das gar nicht passiert. Meint sie das Leben lang, bis der Zeitpunkt kommt und die Baroness sagt, dass sie herausfindet, dass sie eigentlich umgebracht hat? Was ich noch dazu sagen möchte. Zum Beispiel, als Kind hat sie ihr alter Ego, also die Cruella, ausgelebt. Sie war in der Schule auch immer Cruella. Und hat sie mit ihrer Mutter ein wenig zum Wahnsinn treiben. Hat in der Schule auch mega Probleme gemacht. Und am Tag des Todes ihrer Mutter war sie auch Cruella. Sie hat ihre Mutter gesagt, bleib im Auto, geh nicht weg. Das hat sie nicht gemacht. Sie ist rausgegangen. Und somit kam es dazu, dass ihre Mutter gestorben ist. Wobei, wäre die Mutter auch gestorben, wenn sie nicht aus dem Auto, also ich glaube, ich nehme jetzt mal an, die Mutter wäre auch gestorben, wenn sie im Auto bleiben wäre. Nein, aber ich sehe es aus ihrer Sicht. Ja, definitiv. Sie hat sich deswegen die Schuld gegeben, weil sie meinte, wenn ich im Auto bleiben wäre, wäre das nicht passiert. Stella geworden. Genau. Und so hat sie auch ihr Leben weitergeführt, bis sie herausgefunden hat, ja, mein Mann, ich bin nicht schuld für den Tod von meiner Mutter. Genau, ich glaube auch, dass sie die Hilfe von Horace und Jasper bekommen hat. Ja. Hat sie ihr auch sicherlich Unterstützung gegeben und hat ein bisschen Familie gemacht. Was ich möchte sagen, ist, sie wurde ja eigentlich von ihnen aufgenommen als Kind, hat sich dann aber auch als Chefin von diesen Zweinen entwickelt. Ja, ich meine, es ist auch, glaube ich, wegen dem alter Ego, Cruella in sich unterdrückt gewesen. Also wenn ich jetzt von Cruella spreche, meine ich zwei Personen. Estella und Cruella sind zwei Leute in einem Körper. Und das kann man auch mega symbolisieren mit den Haaren. Ja. Weil die eine Seite hat die eine und die andere. Ja, das stimmt, ja. Voll. Ich glaube, das hat Disney versucht in diesem zu charakterisieren. Und Cruella hat immer versucht, auszubrechen. Dann ist immer die Rolle vom Boss auftreten. Ja, die dominante, extrovertierte Rolle. Und nicht so das traurige, weinerliche Mädchen, Estella. Man merkt ja auch wirklich, wie sie arbeitet, also wie Althema Stone, das grandios meistert, wenn sie irgendwie so als Estella bei der Baroness arbeitet und irgendwie so ein schüchterner, zurückhaltender ist. Und dann plötzlich schnippt sie und sie ist eine komplett andere Person. Sie ist ein anderer Mensch. Wobei, da finde ich, es ist der Übergang ein wenig zu schnell gegangen im Film. Sie ist, als man hat gesehen, dass sie wütig ist, dass sie von Rache auswohlt, dass sie jetzt eigentlich wieder zurück zu Cruella geht. Aber ich finde irgendwie, der Wechsel ist ja wie von der einen Szene zu der anderen war sie plötzlich Cruella. Ich finde Emma Stone und Estella mit Cruella grandios. Ich finde Emma Stone mit als Cruella auch grandios. Ich finde, Geschichte mit Estella und Geschichte mit Cruella beide haben wir. Ich kann mich beide auf eine Art hineinversetzen oder verstehen. Aber der Wechsel dazwischen finde ich ein bisschen zu schnell. Zum Beispiel der Film Joker. Er wurde auch zum Joker entwickelt. Genau. Das hat man im Film gesehen. Das war ja mega spannend. Eben, das stimmt. Das konnte man auch reinbauen. Und ich finde, das wird ein bisschen Spice dazugeben. Ja, man hat schon die Richtung gesehen. Man hat ja vor ganzem Anfang gewusst, dass sie zwei Seiten hat. Aber trotzdem ist sie ein bisschen schnell gegangen. Als sie dann den Entschluss gefasst hat, hey du, ich bin jetzt nicht mehr länger Stella, ich bin jetzt Cruella. Und dann plötzlich sind sie so böse und die anderen wie keine Ahnung was behandeln. Im Nachhinein ist sie wieder ein bisschen besser geworden. Ja, hat man sich ein bisschen verstanden. Aber der Wechsel zwischen ist auf eine Art zu schnell gegangen. Ja, vor allem, wie sie ihre Kollegen behandelt hat. Ich hatte das Gefühl, sie wäre eine Art Familie, Geschwister, Liebe und alles. Als sie herausgefunden hat, dass sie nicht für den Tod der Mutter verantwortlich ist, kam dann Cruella aus dem Nichts. Und somit auch hat sie sich ziemlich verändert. Sie wollte sich rächen an den Baroness, die die Mutter umgebracht hat. und von dem her schon auf und nach verständlich, dass sie sie so weit ... Ja. Ja, aber sie hat dann auch ihre Familie sozusagen schlecht behandelt. Ja, definitiv. Weil sie nur in dieser Cruella-Rolle eingeschlüpft ist. Aber als sie als Kind Cruella war, hat sie ihre Mutter auch schlecht behandelt? Nein, hat sie nicht. Nein. Da habe ich gemeint, ich habe den Charakter nicht so gern, weil sie ihre Familie wirklich schlecht behandelt hat. Und, was weisst du so, ähm, soll ich das sagen, mega arrogant und hochnäsig war. Ja. Ja, das, äh, kann ich nachvollziehen, dass da deine Gefühle sozusagen ein bisschen Achterbahn gefahren sind. Wie findest du denn allgemein, äh, die Figur Cruella von Emma Stone gespielt? Also, wie findest du Emma Stone als Schauspieglerin? Ich finde, sie hat es grandios übergebracht. Ich auch, weil ich, ähm, schon ein paar Filme von ihr gesehen habe. Zum Beispiel La La Land. Mhm. Der hatte eine komplett andere Rolle und einen anderen Charakter. Und ich finde die wirklich toll, dass ich mal eine andere Seite von ihr gesehen habe. Und sie hat es wirklich toll gemacht. Ja, sie hat ja auch mehrere Seiten gezeigt in diesem Film. Also, sie hat ja nicht einfach die böse, abtrünnige Psychopathin Cruella gespielt, sondern halt auch die verletzliche Estella. Da ist jetzt die Frage, hätte man Cruella jetzt gerne? Eben, das ist, finde ich, schwierig. Äh, weil man Cruella ja als Kind sieht. Man versteht, Cruella auch. Also, sie wurde gemobbt, weil sie Cruella war. Es sind schlechte Sachen, weil sie, während sie Cruella war. Aber, für mich, dass es nicht rechtfertigt, dass Cruella dann asozial ist. Ja. Wie ihr ein schlechtes Widerfahren ist. Oder Welpen tötet. Ja. eben, du hast es gesehen gehabt, als ich den Mantel gesehen habe mit den Dammatiner. Mhm. Ja, man weiss eigentlich immer noch nicht, ist einfach den Stoffmantel mit Stoffmuschern drauf, oder hat sie irgendwie andere Hunde geholt. Weil anscheinend, es sind ja nicht die Hunde der Baroness. weil, am Schluss hat sie immer noch drei Hunde, und wenn jetzt zwei gefehlt, wenn jetzt nur noch zwei übrig sind, dann hätte man gewusst, ja der Mantel ist wirklich aus dem Dammatiner Fall. Ich weiss nicht, ich hätte es eigentlich noch für die Story eigentlich noch gut gefunden, wenn sie einfach so, wenn sie am Schluss nur noch zwei Hunde hätten. Wenn das jetzt echt, also man weiss jetzt halt nicht, ob es jetzt wirklich echt, äh, ob die Cruella jetzt echt die Dammatiner genommen hat, oder eben nicht. Ähm, weiss man nicht, vielleicht wird es irgendwann mal gesagt. Aber, ich hätte es noch spannend gefunden, wenn sie jetzt halt wirklich, wenn sie jetzt halt wirklich, wenn sie aus der Rache, die sie gehabt hatte, und einfach so den ersten Hund genommen hat, und dann das Feld gemacht hat. Fraglich und auch moralisch verwerflich, definitiv. Aber es hätte halt schon einen ersten Schritt gemacht in die Psychopathin, die Cruella dann in den Filmen ist, oder in dem Film, in den Hundertundendal Mattiner Film. Eben, aber dann hat sie es nicht gemacht. Weil man hat dann die drei Hunde gesehen, und man hat sie gefragt, nein, sie hat gesagt, nein, es ist ein Witz, ich habe es nicht gemacht. Sie hat es jetzt so ein bisschen runtergespielt, einfach so. Sie hat es jetzt nicht bestätigt und nicht wieder light, aber sie hat auch gesagt, nein, nein. aber sie hat auch einen Hund. Sie ist mit dem Mund aufgewachsen und ich habe auch einen Hund und das könnte keiner machen, der selber einen Hund hat. Deswegen glaube ich nicht, dass sie es gemacht hat. Und eben, das zeigt auch, dass Cruella eigentlich auch eine emotionale Seite hat. Sie ist, man sagt ja, sie ist eine Psychopathin, sie ist ein bisschen verrückt, aber sie ist auch ein Mensch, der verletzlich ist. Genau, das ist ja das, was man jetzt durch den Film gesehen hat. Aber will man das? Will man einen Disney-Film sehen, und dann bei Hund und dann Talmadiner will man dann die Welpenmöderin sehen und dann denken so, aber eigentlich hat sie eine mega arme Kindheit gehabt und eigentlich sollte man sie voll gerne haben. In diesem Moment würde man die Person doch einfach hassen, dass sie irgendwelche Welpen jagt und die umbringen will. Und da gebe ich ein bisschen Kritik an Disney. Deswegen passen mir zwei Cruella es irgendwie nicht. Die eine ist komplett anders als die andere. Es ist ja auch nicht eine Vorgeschichte. Es ist auch auf der Geschichte über Cruella, aber es ist nicht die Vorgeschichte von diesem Film. Ja, aber das habe ich so gedacht, so habe ich halt das Gefühl. Also es ist halt, es ist ja die Vorgeschichte von der Figur Cruella, aber wie beim Joker. Der Film Joker ist auch die Vorgeschichte vom Joker, aber der Joker, der bei Batman vorkommt, hat eine andere Vorgeschichte. Oder der Joker, der bei Suicide Squad vorkommt, hat wieder eine andere Vorgeschichte. Das heisst, es gibt sozusagen drei Jokers im DC-Universum. Und da gibt es jetzt halt sozusagen zwei Cruellas. Oder drei, wenn man Glenn Close und den Disney-Film separiert. Ja. Ja. Also man kann es halt nicht vergleichen. Man sollte es nicht vergleichen. Es sind zwei mega tolle Filme, aber man sollte nicht denken, dass diese Cruella in den 100 und den Talmatiner so ist, wie Cruella da jetzt starkgestellt wird. logisch. Es ist auf einer Art eine Vorgeschichte, aber man sollte es halt trotzdem nicht vergleichen, dass es genau das Gleiche macht keinen Sinn. Ähm. Man sollte es einfach trennen. Man sollte es trennen. Es sind zwei unterschiedliche Filme, es sind zwei grossartige Filme, aber man sollte es jetzt nicht so... Aber da hat es das gegeben und da ist zum Beispiel genau das... Anita ist in diesem Film dunkelhäutig. im Original ist sie ja weiss. Also hellhäutig. Also es kann ja schon nicht überhaupt eine Vorgeschichte sein. Weil Danita kommt ja vor und wie man im Abspann gehört oder sieht, ist es Danita und der... ich weiss nicht, wie es heisst, das Männle, also der Mann, die 100 und Talmatiner kommen und die am Schluss packen. Aber warte mal, im Secher-Tricks-Film ist Danita nicht irgendwie... Sie hat für Cruella gearbeitet. Sie war ehemalige Mitarbeiterin oder Mitschülerin oder so. Eben, sie hat gearbeitet bei ihr, also nicht als ähm... Journalistin. Ich weiss, ob sie Journalistin ist, aber sie kennt sich auch von früher. Ich weiss nicht genau, von wo, aber sie sagt, sie ist ja altig bekannt, oder ehemalige Kollegin oder so. Und das stimmt ja jetzt auch. Sie kennen sich ja von früher, von der Kindheit. Und... Man kann es halt so vergleichen. Jetzt sind es ja der Pongo und... Also die Hühne sind jetzt noch Welpen. Im 100 und Talmatiner sind es ja gross. Das heisst, es sind vielleicht so fünf bis acht Jahre vergangen. Also theoretisch, wenn es jetzt einen zweiten Teil wird geben, über die 100 und 101 Talmatiner, wenn es den Film gibt, dann spielt er circa fünf bis acht Jahre später. Warte mal. Weisst du, was mir jetzt aufgefallen ist? Das sind ja zwei Welpen. Ja. Sie werden... Oh mein Gott, das sind Geschwisterti. Stimmt, ja das stimmt. Das habe ich mir vorher auch überlegt. Nein! Dass die Eltern von den 101 und Talmatiner sind Geschwisterti, Twins. Nice! Disney, das ist falsch, bitte nicht! Ähm... Ja, das habe ich vorher beim Schauen, ist mir das auch aufgefallen. Das ist ja das Gleiche. Bei Lion King haben sie auch keine Erklärung. Ich meine, da gibt es auch ein Männchen, der Mufasa und mega viele Weibchen und so. Nala und Simba haben ja keinen zweiten Papi für die Nala. Also irgendwie ist Nala und Simba... Sorry für alle, die ich jetzt verstört habe, aber... Let's see. Es ist... So. Aber bei den Löwen ist es wirklich so. Sie sind immer ein Alpha-Männchen. Genau. Aber bei den Hunden macht man das normalerweise nicht. Man will das vermeiden, weil... Ja. Ja, aber... Ja, aber... Ja, das ist... Ich weiss nicht. Ich habe jetzt noch keinen Bericht gelesen, dass das ja eigentlich vorkommt. Ich weiss gar nicht. Hätten wir vielleicht noch irgendwie... Was sind die Ersten, was vielleicht dann noch so auffällt? Nein. Eigentlich sind das ja voll viele nicht auffallen. Egal, ich bin jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Es ist ja eine Theorie. Mal schauen, was wir damit machen. Vielleicht sind es ja nicht, dass irgendwie... Wir sehen es im zweiten Teil. Es sollte ja anscheinend einen zweiten Teil geben. Aber viele fänden es cool. Darum... Man sieht dann, ob dann die zwei Hunde Geschwisterte sind. Oder... Ja. Ich glaube, es würde wirklich einen zweiten Teil geben. Weil sonst... Warum würden sonst... den Teil zeigen, wo dann Anita und der andere die Hunde bekommen? Gute Frage. Hast du mit dem gerechnet? Nein. Ist das so voll unerwartet geworden? Ja. Ja, ja. Ich dachte, es war ja auch der Film aussen. Der reale. Mhm. Der Alter von 1900 ist 1900. Mhm. Der Megaalter ist ja schon rausgekommen. Also das gibt es schon. Ich hätte nicht gemeint, dass sie jetzt... Das so... 1961 ist er rausgekommen. 1961, ja. Ich hätte nicht gemeint, dass sie das jetzt nochmal zeigen würden. Und für mich... Ich hoffe auch, dass es ein neuer Film rausgekommen wird. Mhm. Und da frage ich mich, wird dann Cruella die Hunde entführen und dann versuchen, Kleider zu machen, oder nicht? Mhm. Gute Frage. Weil sie hat die Hunde ja geschenkt. Sie hat selber dann dreimal damals dahinter gehabt. Ja, aber die wollte ja eigentlich Kinder von denen dann... Ich meine, das ist ja schon der Plan. Man tut... Also... Vielleicht hat sie jetzt ein gutes Willen als Geschenk gemacht, dass die sich dann treffen und sich ineinander verlieben. Ist ja schon ein Zufall. Jetzt. Also ich meine, ich nehme jetzt nicht an, dass Cruella geplant hat, dass die zwei Hunde bekommen und dass die dann Babys machen und so. Ja, aber glaubst du nicht, dass die Hunde schon checken, dass sie Geschwisterte sind? Ich weiss nicht, dass die Hunde checken. Also vielleicht, wenn sie miteinander aufwachsen, ja, aber wenn sie dann als Baby getrennt werden, wird zweifle ich, dass sie das noch wissen. Ja, aber ich meine jetzt auch... Eben... Ich frage mich eben, wie es dann dargestellt wird. Gute Frage. Weil eben im Zeichentrick-Film oder im realen Film von 1961 wird ja vollzeigt, dass Cruella sehr, 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 also auf englisch cruel ist. Also, dass sie dann die Türe umgebracht hat. Ja. Wegen Fällen. Also recht skrupellos. Genau. Also, wird es dann auch so sein? Ich nehme an und ich hoffe auch, dass es ein bisschen schlimmer wird. Ich meine, Cruella ist kein Disney-Film, wie man ihn kennt. Er hat schon ein bisschen Disney-Touch und so das romantische, magische schon. Aber im Grossen und Ganzen hält sich Cruella ziemlich fest von anderen Disney-Filmen ab. Es ist düsterer, es ist pompöser, es ist lauter, es ist viel, viel extravaganter. Und das finde ich schon ein bisschen anders wie jetzt zum Beispiel Cinderella oder Maleficent, wo halt wirklich mehr sind. Und Cruella ist so überhaupt nichts. Ja, es passiert mega auf Realität irgendwie. Und darum finde ich, wenn jetzt Cruella eine Fortsetzung bekommen wird, basierend auf 100 und 1 Dalmatiner, würde ich es cool finden, wenn sie auf dieser Schiene bleiben von diesem lauten, extravaganten, gefährlichen, dramatischen und nicht dann plötzlich wieder auf dieses mega Happy End gehen. Auf dieses voll so familiären Zeugs. Die Frage ist halt auch, wenn es jetzt einen zweiten Teil gibt, bei Maleficent ist sie ja immer noch die Gute und so. Wie machen sie das? Sie können sie ja nicht Cruella gut machen in dem Sinne. Es wird schwierig. Es wird schwierig, einen zweiten Teil zu machen. Jetzt hat man Cruella gerne bekommen und im nächsten Teil sollte man sie wieder hassen. Es ist... man gewährt zu sehen. Wie hast du... Andere Frage. Wie hast du das gefunden, dass halt... das ist das Spiel von den Emma Stone und Emma Thompson? Wie bitte? von der Baroness und Cruella. Das Zusammenspiel, das Intrige, das hin und her. Das habe ich noch gut gefunden. Weil dann versteht man auch, warum Cruella so ist, wie sie ist. Mhm. Weil ihre Mutter auch so ist. Also auch so... Soll ich sagen... ähm... hochnäsig, arrogant, Also das ist ja ihre Mutter. Eben ihre Mutter. Das erklärt mega viel, warum sie auch so ist, wie sie ist. Was ich auch finde, äh... äh... in der... in der... ja... in der... keine Ahnung... in der Kapuze im Kopf, sozusagen. Wie sie durchgedreht. Also sie sind ja nicht durchgedreht, sie sind beide hochintelligente und haben Mode erschaffen, in ihren... äh... aber trotzdem auf eine Art sind sie ein bisschen... gaga. Ja, aber... tut es nicht eigentlich eine falsche Message herbringen? Wie meine? Es gibt ja oft Fälle, wo Leute adoptiert sind. Mhm. Werden sie dann genau gleich wie die Eltern, nur weil sie plötzlich sind? Ja, es ist... Das macht ja nicht so Sinn. Das ist... Das ist... Das ist ein guter Punkt. Über den habe ich nicht nachgedacht. Aber ich glaube, es kommt ja nicht darauf an, dass sie so ist, weil die Mutter so ist. Es hat alles dazu geführt. Klar hat sie vielleicht ihre... ein bisschen mehr ADHS, exovertierte, krass aufgedrehtige Art... Vielleicht hat sie das schon ein bisschen geerbt. Und auch ihre sture Art. Das vielleicht schon. Aber ich glaube, mehrheitlich hat sie schon... ähm... halt gelernt, weil sie halt immer gemobbt oder geschlagen worden ist, weil sie eigentlich von niemandem geliebt worden ist, aussen von ihrer Mutter, oder weil sie halt auf der Strasse geliebt hat und geklaut hat. Ich meine, sie hat jahrelang Leute bestohlen, auf der Strasse. Ähm... Was auch sehr eindrücklich gezeigt wird, wie sie das machen, mit auch gutem Sound hinterlegt. Da ihre... Pläne. Was ich mich frage, ist, wann sie so klauen und Geld klauen, haben sie ja mega viel Geld. Warum können sie dann nicht mit diesen Sachen posten, wieso müssen sie dann weiterhin klauen? Das... frage ich mich. Ob sie mit dem Geld, mit dem Geld, was sie geklaut haben, haben sie Kleider kaufen, um sich verkleiden, um Leute zu beklauen. Ja, und auch, sie hat mega viel Stoff gehabt, um sie zu nehmen und alles. Ich weiss nicht, wie viel das kostet. So hat sie wahrscheinlich... Sie hat einfach die Sachen, um sich zu verklauen, um sie zu verklauen, hat sie gekauft. Es ist... Ja, es ist... Komisch. Aber ja. Es ist halt... Speziell. Und ich finde es trotzdem ein recht schöner Film. Ich habe ihn genossen. Ich habe ihn toll gefunden. Was ich mich ein bisschen fragen muss, ist halt die Zeit. Man hat so einen Höhepunkt gehabt. Und zwar hat man... nicht... Aber es geht nicht. Ich habe ihn in den Kupermumni, den wir wissen, dass wir Angst haben. Der Gummert und hier ist ein Dann haben wir, dass wir das Liga Wenn du durch das Liga auf den Tiefen. Und wir haben den Tiefen. Putz in den Tiefen. Und da ist etwas Vielen Dank. 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 Ja, dann wird es spannend. Man macht aus einer bestehenden Figur etwas Neues. Und das gefällt mir. Das habe ich mal gelesen. Das wäre schon spannend. Über diese Theorie können wir dann mal ein anderes Mal reden. Ja. Ich würde dich dann auch wieder einladen. Vielleicht sehen wir es ja, wenn dann Ariel eine Live-Action rauskommt. Ich bedanke mich, ich bedanke mich, ich bedanke mich, dass du da bist und auch die hier draußen zum Zulassen. Danke. Danke, dass ich kommen konnte und ich hoffe, es hat euch gefallen. Okay. 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 Okay.